Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über einfach und schnell kochen. Heute machen wir Gewürzkuchen. Dazu benötigt ihr 125 Gramm Butter, 250 Gramm Zucker, 1 Päckchen Vanillezucker, 4 Eier, etwa eine halbe Flasche Bittermandelöl, Salz, Muskat, eine Messerspitze Nelken, 2 Teelöffel Zimt, 350 Gramm Mehl, 50 Gramm Kakaopulver, 4 Teelöffel Backpulver und 125 Milliliter Milch. Ihr gebt alle Zutaten in eine Rührschlüssel und lasst daraus einen Teig kneten. In der Zwischenzeit könnt ihr schon eure Backform etwas mit Butter einfetten. Der Teig ist dann in der Regel auch schon fertig und kann in die Backform gefüllt werden. Im Anschluss solltet ihr ihn noch etwas glatt streichen und dann kommt ihr bei 180 Grad Umluft für 50 Minuten in den Back um. Ist der Kuchen fertig, könnt ihr ihn aus der Backform stürzen und ihn mit Pudersucker, Schlagsahne oder eine Schokoladengarnitur versehen. Ich wünsche euch bon Appetit, viel Spaß beim Nachbacken und bis bald. Tschüss! Bis bald! Tschüss! Tschüss!